Fällst die Sicherung einfach in Boosters Scheitkasten ein, dann kannst du den Aufzug benutzen. Hast du den Lift zum Laufen gekriegt? Natürlich habe ich den Lift zum Laufen gekriegt. Das ist ein wichtiges Widerstandsnest, bis irgendwann die Hyperion-Truppen vorrücken und alle nach Sanctuary flohen. Wozu braucht man eine Approbation, wenn man Stil hat? Gut, kehre jetzt nach Lyersburg zurück, dann sehen wir, wie wir dich von diesem eisigen Gletscher herunterbringen. Zum Blick gibt's gar keinen Fallschaden, ne? Ja, ist geil. Schock mich voll an. Ja. Wo ist Antaro? Der fehlt noch. Ähm. Was mir halt noch so ein bisschen fehlt, sind halt die anderen Waffenslots. das merkt ein bisschen. Das merkt ein bisschen. Super. Ich bin bei dir. So, dann geh. Wir haben den Zug, der durch der Dust fährt, geheijackt. Wenn alles gut geht, sollten wir Sanctuary innerhalb eines Tages erreichen. Hyperion hat keine Truppen von Newhaven abkommandiert, um uns zu verfolgen. Und ein Sandsturm hat ihre nächste Grenzstadt begonnen. Wir müssen nur... Oh verdammt! Was ich wüsste witzig finde, ist, dass beim Ganserker irgendwie zwei Köpfe angezeigt werden. Warum das? Die zwei Köpfe. Ja, du hast ja diese Dreiecke auf dem Radar rechts oben. Ach so, ja, das ist mir das dann auch aufgefallen. Irgendeiner von euch hatte zwei Köpfe. Drog me net. Finde das Audio-Lock. Ich suche mal kurz das Audio-Lock. Das wäre jemand hier. Hör den wohl. Wo man das Ding ausschießen kann. Wie geht's denn so? Hier ist Jack. Keiner bewegt sich. Was bedeutet das? Ah, Verzeihung, wie war noch ihr Name? Pierce. Also, Miss Pierce. Und bitte brechen Sie mir jetzt nicht das Herz und sagen, dass es Mrs. Pierce heißt. Dieser Zug gehört nicht hin. Würden Sie sich bitte umdrehen und mich ansehen, meine Hübsche. Dieser Zug wurde rechtmäßig referiert und... Heile der Scheiße! Was ist denn mit Ihrem verfickten Gesicht passiert? Ich spiele grad mal die Quest ab. Ich spiele grad mal die Quest ab. Jawoll! Das schützt vor Kugeln! Möchtest du gegen einen Zwerg kämpfen, der auf einen Bullimon reitet? Ist die Antwort ja? Begif dich bitte zum Sordern-Shelf und wir sind hier mitmachen. Ist die Antwort nein? Ist die Antwort nein? Ich habe hier eine... Ah, cool. Hier, eine ganze Säcke. Das können ich bei Hammerlock. Den habe ich ganz schön schon. Ja. Hast du es angenommen? Jupp. Was soll ich sagen? Das tut mir echt leid. Verzeihen Sie, dass ich... Wo ist Ihr Mann jetzt? Er ist tot. Das bricht einem Jörters Herz. Aber jetzt haben Sie wenigstens was mit Ihnen gemeinsam! Das ist so ein Drecksack. Er ist aber auch echt hart drauf. Äh, wo war das? Ah, hier kann man Skillpunkte zurück setzen. Wo war denn das Audio-Lock? Ach da. Oh, meine Fresse! Hast du ihren Kopf gesehen? Wie er so pffft? Haha, w- Wahnsinn! Wilhelm.. Töte diese Mit… Zwerster! Pfff- So, was müssen wir denn tun? Achso... Was für ein Jammer. Bring mir die Echos bitte her, wenn du dich dazu in der Lage fühlst. Hä? Mh... Ufff! Alter, voll der Machia zau, zau Handwerker hier, Alter. Ach, die Hunde, Alter. Wie gesagt, da hinten ist, äh, Klammern und so laden, ne? Mhm. So, haben wir schon Skillpunkte? Ne, ich glaube nicht. 4 war, glaube ich, oder 5, ne? 5. So, Blackburn Carbon. Das ist ja das, was wir gestern noch gemacht haben. So, wo? Was ich? Ja, du hast hier. So, hier. So, hier. So, hier. So, hier. So, hier. Kein Geld zurück. Kein Geld zurück. Wollen wir? Ich bin soweit. Okay. Kann man ja dann ab Sanctuary freischalten. Ah, da kriegst du einige von. Also ich hatte mit, mit, äh, mit meinem Zero habe ich alles freigeschaltet, was geht. Oh. Oh. Richtig. Muss schon ein bisschen dauern, sonst... Ja. Also wir haben mal so einen komischen Wurm gemacht, der war mal richtig hart. Mhm. Und er war da, er hat, ähm, er hat auch immer so die gleichen Waffendinger gehabt. Und meistens Char's, deine Infinity war auch dabei. Und da fand er die natürlich nicht so gut, weil das nicht zum Charakter passt irgendwie zu den Skills, die er sich da gewählt hatte. Ja klar, es gibt zum Beispiel, äh, die Infinity geht nicht mit Char's, die zum Beispiel die Munitionskapazität erhöhen. Weil, äh, die Infinity zählt ja darauf, dass die Kammer nie leer wird, weil die immer nur einen Schuss hast und der halt sofort replenished wird. Erhöchst er aber die Munitionskapazität auf zwei, funktioniert sie nicht mehr. Ach was. Und dann musst du sie nachladen. Ja, aber wie gesagt, also er hatte da immer so, äh, ein ähnliches Set an epischen Waffen irgendwie, die er sich da... Na klar. ...wiedererfahrt hat. Ich meine, wir haben ja auch noch die Add-Ons, das heißt, wir müssen ja nicht wirklich, äh, 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 neu anfangen für 50. Wir können ja dann auch die Pakete spielen. Das sind ja auch meistens echt lange Stränge. Das war nicht so schwer. Ich glaub, dieses, äh, Sir Hemelox, wie so Big Game Hunter heißt das oder so, irgendetwas. Ja. Ähm, das ist relativ lang. Und dann gibt's noch irgendwie sowas mit Piraten, das ist relativ lang. Naja, und man kann ja immerhin nochmal wieder auf, dann New Game Plus oder New Game Quest Plus anfangen. Ja, klar. Wenn man den Ultimate, ich hab den Ultimate jetzt noch nicht gekauft, da. Ja, dass wir da, äh, wir auf 71 sind. Ja, 61 reicht ja erstmal. Ja, soll ich ja. Ach was, ich hab jetzt schon keine... Keine Muni mehr oder was? Ja. Ja gut, du hast ja später dann Skills, dass du keine Muni verbrauchst und wieder auffüllst und lauter so Zeug. Ja, ganz solcher schon. Ich geh mal kurz oben an die... An die Station. So hardcore, ey. Ich hab' zu Hause aufgefüllt, ey. Ich kann's 200 Schuss mitnehmen. Was hab' ich jetzt schon mitnehmen. Das ist wirklichhirn. Ich hasse diese Fische. es gibt es ja lieber genau auf nicht zufallen ja doch doch musste mal gucken dass du eine waffe hast ja zum beispiel zwei schuss mit einen schuss verbraucht gibt es ja auch ja ja sowas gibt es also auch ja 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 Vielen Dank.